An der Kehre 7 der beliebten Gerlos-Alpenstraße gelegen, ist die Schönmoosalm in Krimel beliebtes Ausflugsziel für alle, denen es mit Panoramablick noch besser schmeckt. Nehmen Sie auf der großzügigen Sonnenterrasse mit Blick auf die imposante Bergwelt der Alpen Platz und lassen Sie sich kulinarisch verwöhnen. Hier werden Ihnen ausschließlich selbstgemachte Spezialitäten serviert, ob Pinsgauer Schmankerl oder eine knusprige Pizza aus dem Holzofen. In der Schönmoosalm hat man noch immer gut gespeist. Für den größeren Rahmen bietet das rustikale Stüberl mit seinen offenen Feuerstellen 100 Personen Platz. Wenn Sie sich von der Schönheit Krimels nicht losreißen können, stehen Ihnen Komfortzimmer zur Verfügung. In der hauseigenen Sauna und im Fitnessbereich können Sie die eindrucksvollen Tagesausflüge zu den Krimler Wasserfällen in die Zillertal Arena oder das nahe Skigebiet Revue passieren lassen. Mehr auf www.schönmoosalm.at